Jo Freunde, Pato und Shigi am Start, ich halte wieder mal das Intro kurz. Oh mein Gott, wir haben ja vor zwei Tagen ein richtig, richtig, wenn nicht das krasseste FIFA 20 Pack gezogen und auch hochgeladen. Aber Leute, ich glaube, das was jetzt kommt, ist das krasseste FIFA 20 Pack Opening. In einer Stunde und 50 Minuten haben wir fast mit die krassesten Spieler gezogen. Jetzt haben eigentlich nur noch die Prime Moments gefehlt quasi und ein 99er Van Dijk. Wir haben einfach alles gezogen, wir haben abgerissen und Leute, wir haben im letzten Video, dank euch, über 1000 Daumen erreicht. Fast, glaube ich, jeder fünfte oder sechste hat einen Daumen nach oben gegeben. Ich hoffe, ihr supportet dieses Video weiterhin. Ich hoffe, wir knacken wieder die 1000 Daumen nach oben. Danke euch dafür und wie gesagt, wenn ihr keine Streams von mir und auch von Shigi verpassen wollt, ich streame auf Twitch, twitch.tv slash partofifa, ist in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung ist auch nochmal das Video mit Team of the Year Messi und Team of the Year Cristiano Ronaldo in einem Pack. Viel Spaß mit dem Video, haut rein und bitte gebt euch auch noch die letzten 30 Sekunden vom Video. Da ist eine wichtige Message von mir an euch. Danke einfach für alles, Leute. Ciao, ciao. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sehen wir wieder etwas kratzes. Drei, zwei, eins. King Shigi, öffnest du wieder ein King Pack. Let's fucking go. Komm, Shigi, du bist der Rekordhalter in FIFA 20. Okay, es wird ein Team of the Season. Spanien. Bitte, Ramos. Ramos. Didi, danke dir für den Follow. Das ist ein W-Pack, Leute, oder? Und, da kann noch was Gutes dahinter sein. Ich finde, das ist ein sehr, sehr geiles Pack zum Start des Livestreams, meine Freunde. Halb. Und jetzt geht es los, Leute. Zweimal 89 plus. Kommt ein Toti oder kommt kein Toti? Man weiß es nicht. Es kommt ein Tots. Let's go. Brasilien, LF, LF, LF. Oh, mein Gott. Der Stream beginnt schon wieder liegen. Der mit einem Team of the Season Nehmer, den hätte ich auch so gerne gezogen, Leute. So startet der Stream, Leute. So startet der Stream. Feier ich GG in den Chat. Schicke hat diesmal gar nicht geöffnet. Schade, Pato. Henning. Jetzt kommt das Henning-Pack. Let's go. Was ist das? Hä? Hä? Rashford. Ich dachte, was ist das, Leute? Okay, Leute. Das ist ein Welle-Pack. Hat zwar 5-South-Week-Food, glaube ich. Trotzdem GG. Okay. Da könnte aber noch was Gutes dahinter sein, oder? Schade. Ich glaube, ihr wollt alle heute das Schicke öffnen. Für den Gohan. Let's go. Komm, Schicke. Komm, Schicke. Komm, Schicke. Okay, Trotz. Essen, Trotz dahinter. 99. Lewandowski. Geht doch fit, oder? 99. Lewandowski. Wieder ein 99er geöffnet. Das ist der dritte 99er-Spieler von Schicke. Diesmal für den Lieben ist Gohan. Schicke ist einfach in Top-Form, Leute. Schicke ist in Top-Form. Da kann noch was dahinter sein, Freunde. Komm, Schicke. Immer dieser Torhüter. Aber trotzdem, Leute. Wieder ein 99er-Spieler. Schicke, du bist richtig in Gönner-Laune momentan. Das ist der Rekord-Breaker. Schicke. Der Rekord-Breaker. Let's go, Schicke. Team of the Season. Salah! Oh, 97. Schicke ist heute einfach in Top-Form, Leute. Leider Gottes ist es ein 3-Sterne-Week-Foot. Aber, aber, aber. Ich finde, das ist wieder ein Kracher, Leute. Oder was sagt ihr? F oder W? Salah selbst zeigt den Daumen nach oben. Aber die zweite Garde gönnt heute nicht. Mohammed Salah. Dieses Team ist wirklich zu wild. Haar. Brr, brr. Let's go. Nils, was wird drinnen sein? Bitte ein Toti. Team of the Season. Heute können wir keine Totis, Leute. Mares. Mares haben wir auf meinem Kanal schon sehr, sehr oft gesehen. Muss ich schon zugeben. Ich glaube, das ist das vierte oder fünfte Mal. Also, Leute. Wir halten fest, Totis können wir heute nicht. Und das zweite Spiele wird immer ein Goldspieler. Nein! Ich dachte, wir werden heute Totis en masse ziehen. Hast du deinen Artikel bei OneFootball gesehen? Habe ich gesehen, Leute. Achtung, Neidgefahr. Achtung, Neidgefahr. FIFA-Spieler öffnet bestes Pack seines Lebens. Hör er die Walfi. Da ist er einfach. Aber, aber, Leute. Ihr müsst das Ende lesen. Liest einfach mal das Ende. Jetzt kommt aber mein eigenes 89 Plus Pack. Ich wette mit euch, mein Pack wird das schlechteste Pack sein. Let's go. Kommt ein Toti oder was auf meinen Accounts? Wir haben Salah abgegeben. Mohammed Salah haben wir abgegeben. Wem bekommen wir? Blau zu Blau wird jetzt Toti Blau. Let's go. Come on. Es ist ein Totis. Okay. Es ist ein Tots. Es ist Suarez, Leute. Luis Suarez. Was sagt ihr? Im Gegensatz zu Mohammed Salah. Ist es ein F oder ein W-Pack? Ich glaube, wenn er vier Sterne Winkfood hat, bin ich sogar mehr zufrieden. Da ist mir das sogar recht, dass ich Salah abgegeben habe und Suarez im Gegensatz, im Gegensatz, im Gegensatz bekommen habe, Leute. Aber, Chad, was sagt ihr? F oder W? Bitte lasst es eine Doppel-Special-Karte sein. Jedes Pack, was ich öffne, wird heute nur Schicky machen. Okay, so werde ich es machen, Freunde. Let's go. Oh nein, jetzt habe ich es geöffnet. Jetzt habe ich es geöffnet. Nicht, Schicky? Was? Und das ist nur ein Food Birthday? Aber Frankreich? Was? Äh? Wer ist das? Pogba! Ist das gut, Leute? Ist das gut? Oh oh. Jetzt kommt Noah, Leute. Jetzt kommt der Ehrenbruder Habibü. Komm, Schicky. Noah hat wirklich das Beste vom Besten verdient. Noah hat das Beste vom Besten verdient. Come on. Come on. Todi! Noah Todi! Frankreich! Mbappé! Noah! 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 Wir haben Mbappé gezogen. Schicky hat schon wieder gezogen, Leute. Schicky hat schon wieder gezogen. Für Noah Team of the Year. Mbappé, Leute. Ich habe gesagt, Noah hat nur das Beste verdient. Schicky, was ist mit dir los? Du bist eine Legende. Leute, Schicky hat einfach Team of the Year Kanté, Team of the Year Cristiano Ronaldo, Team of the Year Messi, Team of the Year Mbappé gezogen. Wem hat er noch gezogen? Keine Ahnung. Was ist mit Schicky los? Einfach Team of the Year Mbappé, Leute. Für Noah. Für Noah, Alter. Für Noah. Ich komme nicht drauf klar. Ich dachte, es wird wieder Kanté. Und gerade für Noah. Ich schwöre, ich freue mich so sehr, dass das für Noah ist, dieses Pack. Das ist zu wild, Leute. Schicky Luck hat wieder gegönnt. Und es kommt. Was ist noch dahinter, Leute? Ist noch was da... Oh, das ist so geil, das Pack. Das ist so geil, das Pack, Leute. Team of the Year Mbappé und over. Der nächste Tote, oder? Ah nein, schick in die Kamera. Schick in die Kamera. Tots. Okay, Tots. Aber welcher Tots? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich dachte... An wem habe ich gedacht, Leute? Ich habe an Messi gedacht und an Lautaro Martinez. Aber Dybala 94. Und der zweite... Okay. Okay. Wir hatten das vorher, Leute. Vorher war es schon. Hat schon gepasst. Vorher war es schon Specialkarte. Es wird Salah Tots zum zweiten Mal. Mohamed Salah zum zweiten Mal. Und Diego Carlos, Leute. Diego Carlos ist ein absolut krasser Verteidiger. Meine Freundin schickt mir ein Bild mit. Ich lese euch vor, okay? Ich hoffe, ihr checkt das Ganze. Schatz, machst du mir was zu essen? Klar. Was hättest du denn gerne? Ich hätte gerne Eier. Ja, ich weiß. Aber was willst du essen? 1 zu 0 für meine Frau. Wer checkt das, Leute? Let's go. Auf geht's, Shigi. Schreibt der Aube. Let's go. Auf geht's, Shigi. Auf geht's, Shigi. Ole, ole, ole. Tots. Okay. Ich schwere, ich gucke immer schon, ob es blau wird. Jetzt ist alles vorbei, Leute. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei, Leute. Shigi hat jeden einzelnen 99-Rating-Spieler gezogen, den es zum Zielen gibt, Leute. 99 Kevin der Bräune. 99 Kevin der Bräune. Es ist alles vorbei. Es ist wirklich alles vorbei. Jetzt haben wir auch noch die Bräune gezogen. Shigi, du bist eine absolute Maschine. Das ist einfach nur zu krass. Wirklich, ich komme nicht drauf klar. Was ist dahinter? Ist noch was krasses. Aber es ist einfach KDB, Leute. Ich hoffe, das Glück bleibt noch ein bisschen. Ich hoffe es auch. Er hat einfach einen 2-Millionen-Spieler gezogen. Shigi, du absolute Granate, Alter. Tots. Tots. Argentinien. Stürmer. Das zweite Mal heute Team of the Season. Dübala. Und Diego Carlos. Mashallah, habibu. Okay. Toti. Toti, Leute. Brasilien. Alisson. Ich glaube immer, Leute. Ich glaube einfach immer, dass das Nehmer ist, Leute. Das waren 81 Plus Pack. Mein 86 Plus Pack Spielauswahl. Let's go. Haben wir da auch mal Glück. Und, 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 und. Jetzt 93 Nengulan, Alter. 93 Nengulan und 93 Hernandez. Für wem soll ich mich entscheiden, Leute? Schnelle Abstimmung. Hätte ich, ganz ehrlich, ich wollte nichts sagen. Ich hätte mich auch für 93 Hernandez entschieden, ne? Hashtag Part2Lucky in die Kommentare, Freunde. Let's go, Deluxe. Holy shit. Let's go. She geht das letzte Pack für heute. Alter, nochmal, wenn ihr das Best of Seeds an den Dornen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Zum Abschluss ein Toti. Oh mein Gott. Jetzt ziehen wir das zweite Mal Messi, Leute. Wir ziehen das zweite Mal innerhalb zwei Tagen Team of the Year, Messi, Freunde. Das zweite Mal. Wir kamen in zwei Tagen zweimal Messi, Team Shigi. Du bist ja wirklich bekloppt. Shigi hat heute einfach so krankes Päcklack, Leute. Ausrufezahlen, nein, was ausrufezahlen? Nochmal, Hashtag Shigi-Lucky in die Kommentare, Leute. Tausend Daumen nach oben. Dieses Video ist noch krasser als mein Video von vor zwei Tagen. Ich komme nicht drauf klar. Team of the Year, Messi, Alter. Ich komme nicht drauf klar. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Mir fehlen die Worte. Shigi ist einfach unglaublich, was der gezogen hat. Grüße gehen raus an Chris. Wir haben alles erlebt, Leute. Wir haben durchgespielt. Shigi hat durchgespielt. Ich komme nicht drauf klar, Alter. Wir haben Oplack gezogen. Und hehehehe. Tote Messi. Und nochmal hier ein kurzes Danke. Also das Danke gebührt an euch, meine Community, meine Zuschauer. Vielen Dank einfach nur dein Gold. Ist es mir möglich, dass ich so ein Video zusammenstellen kann? Nur durch euch ist es mir möglich, dass Shigi Rekorde bricht. Durch euch ist es mir möglich, dass ich wieder so langsam zurück auf YouTube komme oder zurück zu meinen Streams. Einfach Dankeschön. Das ist einfach sehr motivierend. Auch eure Resonanz, eure Bewertungen, eure Kommentare. Das geht ganz geil steil nach oben. Vielen Dank einfach. Herzchen Spam. Shigalak in den Kommentaren. Ihr seid einfach ehrenhaft. Ihr seid ehrenhaft. Kuss geht raus. Danke, Leute. Danke einfach. Danke. 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 Vielen Dank.